Wenn du weiterkommen willst, brauchst du neue Herausforderungen. Du brauchst eine Strecke, die du noch nie betreten hast. Du brauchst einen Gegner, gegen den du noch nie gelaufen bist. Du musst dich quälen, schwitzen, scheitern und von vorn anfangen. Finde deinen Gegner in Berlin. Beat your best. Die Leichtathletik EM Berlin 2018. Die besten Plätze jetzt auf berlin2018.info